Ich liebe den Moment der Täuschung. Aber besonders habe ich mich in ein Instrument verliebt. Das Spiel der Karten. Sie sind überall und ein absolut ständiger Begleiter. Denn sie bietet mir eine endlose Klaviatur, um sie zu täuschen. Dass ich sie täusche, das setze ich mal voraus. Wie ich sie jedoch täusche, bestimmt die Nachhaltigkeit des Wunders. Wenn ich sie also so sehr täusche, dass ich ihnen sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegziehe, wenn er also weg ist, komplett, dann dürfen sie weder Angst haben zu fallen, noch die Frage aufkommen lassen, wo ist der Boden? Weder Angst noch Verwirrung. Meine Aufgabe ist es, dass sie den Moment der Schwerelosigkeit genießen. Um ihnen diesen Moment und Augenblick zu schenken, studiere ich die magische Welt und Zauberkunst seit über zwei Dekaden. Wie ich ihnen dieses Gefühl schenke, basiert auf der Mischung aus Handwerk, Humor und vor allem der Begegnung auf Augenhöhe. Jedes Publikum ist eine neue Herausforderung. Jedes Programm bleibt einzigartig. Und das ist nicht mein Job. Das ist meine Leidenschaft. Moin Moin und herzlich willkommen in meiner Zauberwelt. Musik 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 Ich bin Jan Logemann und ich freue mich darauf, Ihnen und Dir den Boden unter den Füßen wegzuzaubern. Musik Musik